Ja, du bist so dumm... Alter, mach dich denn solch verweckst? Ja,��도in�eker hier! Ich schifff nicht das zusammen. Nein, 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 nein Wow. Das war kurz Auhr! masa Hey, er macht Schaden, das ist mein einziges Schwenk. Ihr denkt also, ihr hättet die Welt vor ihrem unvermeidlichen Abstieg in ewige Finsterheit bewahrt. Puhah! Krimi oder Dunkle Lord wird am Weltenende nicht eher ruhen, bis der Orden der Makiki ausrattet ist. Mit Gas wird bald erwachen und realisieren, dass sich die Welt nicht mehr vor den Sterblichen beugt. Böse Lacher! Da redet immer noch. Warum müssen die... Die ist doch gestorben, warum müssen die immer sofort... Ja, natürlich. Aaaaaaaaah! Jetzt stirbt da... Geiler... Nach dem mal tausend Sachen... Flaaaaaa! Das ist jetzt von dem Stuhl und schau's uns zu! Gut gemacht! Müssen wir es Flap füten, gell? Ich die Flap füten. Nee-flap! Was sagt der jetzt? Kann man nicht töten, erst mal 4... in dieser Reihe ist es zu kommen nicht nur für Stau die Städte die Köln der Lose ist streng und so lieb die Strasse gleich vor allem und Kleinigkeit nichtsdestotrotz erwarte ich dass sie nicht vorhanden das ist eine Erlösung zu zeigen was mit Krim hier geschehen ist warte ich auf die E-Mail Zeit ist und muss es sind sie in den Ja, cool. Los, braa! Braa? What the fuck? Braa! Wir sollen rumbranen, dann so branen wir jetzt rum. Braa! Hey, du kommst da hinten! Auf Zeit kommst du an, ja, und ich lass dir Zeit. Interikertes Zauberer. Das bist du, hm? Ja, es wird auch, äh, 7 gelingend sein. Was sagst du? Der war hier so ein Festungaten, hm? Anstatt auf den... Ja, jetzt sehe ich hin und auf den Kopf. Anstatt genau, brauchen wir Verstärkung warten. Wow, das Ende der Welt ist auf der Karte eingezeichnet. Das ist natürlich schön. Und die Welt ist anscheinend nur so kurz. Die haben ja ne mickrige Welt. Hey, cool. Rad kurz mal. Unser wilden Ende sieht auch so aus. Hey, das hab ich auch zu Hause. Oh, da ist ne Treppe, da geh ich hoch. Ja, du... Warte kurz. Die Treppe funktioniert. Mach dir kurz ein Schild. Dann funktioniert die Treppe ganz toll. Treppe funktioniere. Oh, das funktioniert! Nein, falsche Richtung! Hey, ich hab... Ich hab ein Buch gefunden! Nein, ich bin tot! Wiederbelemm bitte! Oh. Ja, du hast ja nicht dafür! Zum Glück haben wir das so gut gelöst! Aber ich hab... Hey, dafür haben wir ein Buch gefunden! Ja, aber du bist ja in dem Fall... Hey, da liegt ein Schiff! Das ist gar nicht tot! Ja, ich weiß, du kannst das auch schon! Oh! 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 Nauckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck ich kann das gar nicht ach so ich dachte schon warum es nicht funktioniert das hat das kursken konzert kommt zurück ich will trotzdem schauen bei der treppe aus ist weg von mir nicht dass du verweist doch mal ich halte mich jetzt ging der blistert an auch wenn er mir keinen schaden macht so jetzt und jetzt lass mich weg nee da kommt er nicht hoch die treppen sind nutzlos warte frage der dampflasor von op und das weggepämpft das stadt oh ja Stopp. Xavier Meister verloren. Starb des Erzengels. Ja, stopp. Stopp. Ja, das ist mir grad so eingefallen. Wiii, ey, warte, können wir kurz Pause machen? Letz, letz. Au. Können wir kurz Pause machen? Letz, letz. Guck mal hin. Ich will in Pause. Ich muss kurz was schauen. Letz, letz. Bitte nicht töten in der inzwischen. Das war die Pause. Bis gleich. Wir sind wieder da! Und Dumm hat nicht versucht mich umzubringen. Er hat nur in das Fall. Ich sag schon mal. Warte, ich hab grad episch Lacks. Meine Lacks sind unglaublich. Alter, warte, ich hab grad voll die Lacks. Ich weiß nicht wieso. Warte, warte, warte. Es geht wieder. Es geht wieder. Ja, es geht wieder. Wiii. Kommt der Streichmesser! Es lächst du wieder, verdammt. Was hab ich jetzt gezaubert? Warte, ich muss unterbrechen. Letz, letz. Es geht nicht. Letz, letz. Lass es bitte. Das ist übele Lacks. Du sprichst aber von einem Ort zum anderen. Ich hörte dich von dem Motörden, wenn ich das wollte. Du sprichst immer hin und her. Oh, ich hab dich doch getötet. Ja, ich muss auch kurz die Verbindung unterbrechen. Bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, wir sind wieder da. Und es läckt dich mehr. Wie wunderschön. Und ich hab mich umgebracht. Boah! Oh, es läckt schon wieder. Danke, Spiel. Ja, jetzt lächst du lächst. Du lächst ziemlich hoch. So ganz klein ist es. Warte mal kurz. Ich heil mich grad gegen meinen Anti-Heilen an. Geschafft! Oh, jetzt... Du wolltest mich töten. Ich hab's gesehen. Nee, ich muss mich nur... Ich hab's mit eigenen Augen... Mein Adlerauge hört alles. Nein, nein, nein. Was war un bounty für ein versuch? Oh, nee, nein! ...was ist es mehr zu existieren? Oh, mein Gott! Ich bin gleich zurückge不会! Danke. Uups! Ich wollte den anderen nach hinten schützen. Genau! STAPE!!! Das war leicht. Ne, stopp, das. Stopp! um ich weiß auch nicht warum ich so dämlich rennt warte ist in der Vase kann man was untersuchen äh pausieren muss ich auch schauen ja ok man spiel waaayy 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 Wüsser die das selten Ende der Türstelle die das selten Ende hier mit so in der schönen Treppe wenigstens die hieße ein doch ein wach das ist in Ordnung die Künstler produzieren es ist sehr präfiger zahlfutter r das Biennacht wer ist es nicht ich muss nachforschung anstellen ja genau hilf uns nicht nö nö schnell nachfragen wie will er das denn überhaupt machen wetten der macht keine Nachforschung dann stellt sich nirgendwo hin und setzt sich hin und sagt uns zu wie dumm wir sind nein aber wie will er denn nachforschung will er kriegen wir fragen hey komm nirgendwo was du willst jaaa ich will die Welt kämpfen nirgendwo 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 eh warum ich nicht liebte ich für die Felsas das hier mache ich sie die Technik ist das ich will sie immer töten ne ne das sollte er nicht tun vom Kopf ja genau die machen sich erst an halle ich habe dich an du bist im hundigen heilen gebrochen ach wir schaden Platz Platz kommt das schleich besser ich wäre was drunter gefallen äh wann machen die das, wann machen? ach so die wechseln jetzt haben wir eine Strategie wir greifen sie danach, wenn sie Bock dazu haben hier wenn sie Bock dazu haben, sich zu meinem Sachen holen Waffe verzaubern und jetzt brems das war jetzt ziemlich klug tut mir leid brems oh Gott ich fühlte mich, ob ich das verknall da ist dein Stab, nimm ihn na, lass das es macht dir jetzt auch echt keinen Schaden da, renn rein so, ok, von der Seite am Ende NEIN da ist jetzt aber selber schuld, ganz ehrlich wenn du da echt noch rein rennst gib mir deinen Stab nein das ist nicht das wow, tu dass dich selbst ein bisschen hält reichen gut ich bin nicht so kluger als wie du wohooms jetzt leh ich nur nicht am Akron und bin so klug als sie zuvor von wem ist das? keine Ahnung böter äh warte, wo müssen wir überhaupt NEIN b du ich will mein поехes streichmesser wieder ähhh wir werden wieder die flüge das heißt, es macht ein unlogisches Spiel eigentlich man kann zaubern was man auch im Normalen leben kann und dann macht einfach mal so einen Schlam wern aber man kann keine Waldbrennen gaan und logisches Spiel ist doch unlogischen Toll ist mir kommt das Streichmesser weg. Ich will noch eins. Sag ihn wohl. Die haben keinen Bock dazu. Die haben keinen Bock dazu. Ah, das wird sie machen. Er hat immer wieder keinen Bock. Ja, ich kann nicht so die Jungs. Nee, das bin ich. Wollte ich gerade auf dieselben Stelle in den Laser machen. Ja, aber wenn ich auch die gleiche Gegner halte, dann siehst du aus, als will ich mich helfen. Dann helfen, Neoline. Ja, ich würde dich auch. Okay, ich muss mich töten. Mann, bist du gut. Tschüss. Tschüss. Ladidu. Das ist mein Ausmaß und Dampf. Ich töte dich. Schade. Nein, geh da weg. Oh, diese dumme Danke. Oh Gott. Oh, ich will das ausbefallen. Sitescrolling Action, ne? Ja, Sitescrolling. Das ist, was es wiederbelebend zu viel verlangt ist, aber ich verlangst trotzdem von dir. Du bist gar runtergeworfen. Wer bin ich? Was ist das für eine Logik? Ah ja, es ist noch niemandem aufgefallen, dass ich einen Hut auf habe. Genau. Das ist Tarnung, damit keiner weiß, wer das ist, das es gerade aufnimmt. Warte, ich spring da rüber. Wuii! Du schnirft. Ich hab dich getroffen. Oh Gott. Ich hasse dich. Jetzt noch mal. Tja genau. Du wirst dich runterbelebt. Ich wollte dich eigentlich. Ähm, jetzt haben wir es bestimmt verpasst. Dank dir. Ach nee, doch nicht. Abkürzen. Nein. Hinter uns sind die Viecher. Ich blocke sie. Nicht gesehen. Wow. Schau, sie fliegen runter. Sie fliegen gleich runter. Ihr kommt doch nicht hoch. Ihr kommt doch nicht hoch. Geh weg. Du hast eins mit hoch genommen. Ja. Es geht raus. Wow. Fast geht. Ich genau. So. Ich hab wer jetzt nächster Vögel. Oh Gott. Na. Komm her. Hab Bock dazu. Hab Bock dazu. Hab Bock dazu. Ich kürze wieder ab. Abkürze ein. Jetzt. Pfuh ab. Wiederbeleben bitte. Bevor die, bevor die vier kommen. Ey. Ey. Ja genau. Aufm alten Ding. Mann ey. Das passiert nie. Ja. Das ist gut. Ich mach immer nachfallen. So jetzt. Boah. Na geil. Scheide. Geht nicht. Okay. So geht's auch. Boah. Aus dem Stahl. Aus dem Stahl. Boah. Awesome. Für die vier mal verrückt. Boah. Boah. Ey. Der hat mich ausgedrückt. Der hat mir Schaden gemacht. Wo der unsichtbar war. Ich bin ein Gewinnertyp. Ein Whoa. Ja nossa. nuts、。 . . Aaaaaaah.